Krakau gegen Celtic Na, sag ich einmal Welcome Back Ja, sind wieder da Not only A, sag ich einmal Aus zwei Lasst mich Lasst mich Nachden mit Mit Die Nachden An Ich Lange Vielen Dank. Ja, zwei neue Zugänge. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Ja, hier sind es auch zwei. Hier sind es auch zwei. Ja, hier sind es auch zwei. Hier sind es auch zwei. Ja, ein bisschen nervös ist man natürlich wieder, wenn man nicht ganz weiß, wie Kakao eigentlich da steht. Huh, was soll ich sagen bei Celtic? Nichts. From Hero to Zero. Die Lasagne. Ja, da bin ich ja, da kenne ich gar nicht. Na? Na, die Lasagne keine. Die Lasagne auch nicht. Die Lasagne ist werblich. Hier ist Lasagne. Ja, da hatte ich ein echtes Stürmerproblem. Hast du den Zuschauern gesagt, warum? Nein. Danke. Ja, hier hat ja LaVetze gestürmt. Und LaVetze hat aufgehört. LaVetze hat seine Karriere beendet. Deswegen fehlte er bei Celtic. Einen zweiten guten Stürmer hatte man eigentlich nie. Scheiße. Ja, wie du Scheiße, ich wollte eigentlich. La, la, papa. Ja, wo wolltest du eigentlich? Ja, man spielt immer dran, kommt voll oder jetzt. Entschuldigung. Dann kannst du ja wünschen, wenn du das Schiedsrichter abfaffst. Neuzugang meinst du, oder was? Nein. Nachdem der hingefallen ist, war der hintere voll jetzt durch gewesen dann. Boah. Patrizio zeichnet sich wirklich aus. Hey, LaVetze spielt. Ja. Gefickt dich doch, Schiri, Alter. War's da hinten, war was? Ja, und weil ich mit den... Oh, da ist ja noch einer verletzt. Das läuft richtig gut, Alter. Läuft richtig gut. Ja, ich muss aber sagen, ich kenne den Stürmer auch nicht. Der hat mir aber von den Attributen her gut gefallen. Ja, das ist immer offen von alles an. Ich glaube, ich habe es aber auch an. Aber ich habe es sicher an, wenn ich es nicht kenne, sondern so von der Attribute mir jetzt mal geholt habe. Sicherheitshalber habe ich ja gleich noch einen zweiten Stürmer geholt. So, du kannst dich jetzt beweisen. Und wir haben hier heute, ich glaube, Spiel Nummer 4, oder? 5. Wir haben hier Spiel Nummer 5 und ich glaube, ich habe es geschafft, in jedem Spiel eine Rote Karte zu bekommen. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Und City Spiel auch? Hm. Das ist eine gute Frage. Aber was sonst? Uh. Athleti war ja, was? Bayern war auch. Bayern war ja. Bayern war ja. Ja, ok. City, City. Hm, City könnte sein, dass nichts war. Aber sonst... Bayern war ja. Ja, ok. Wir gehen da hin, was los dem Projekt ist. Rund her. Ja. Da geht es ja hin. Ja, dass wir in den Versammlung haben. Wir können in die Versammlung sagen. Aber bei der Versammlung mit der Versammlung. jetzt hat er einige spieler auch mit dir getroffen machen update ja fletscher eröffnet für cracker mal das war die größte frechheit eigentlich das muss man ich habe zehn das kümmern an der thema zwei dieses gericht an so schön blasi kosti Nein! Der Gulli hält mich echt nach hinten. Lasagne! Ach, okay. Was? Naja, auch gelb. Weil der Verleger hat jetzt auch gerade gelb. Weil es ist eine andere Szene. Na, das andere war schon vorher von Lasagne. Ja, okay. Ja, Krakau. Chancen sind gut, sage ich jetzt einmal. Ich gehe doch an und wechsel gleich einmal. Chancen sind gut, hier erste Punkte einzufahren, die natürlich wichtig werden. Okay? Okay? Sehr gut. so trotzdem gibt es jetzt einen wechsel auch wenn er gut aufgefallen ist wie ich finde weiß nicht ob du mir da zustimmst oder nicht noch mal einen wechsel gibt es auch wenn er auffällig war ich weiß nicht ob du mir zustimmst oder nicht lasagna geht also dann aber nicht eigentlich 3 oder 2 wer soll der dritte sein ah ja danke genau 3 ja stimmt und vielleicht an den habe ich mir in der belote kann jetzt gar nicht aber an den der luther von der belote ist jetzt nicht mehr der war fast am schluss dabei und auch Oh, das ist gut. Ich muss sagen, ich bin nicht so 100% zufrieden mit dem Auftreten. Ah, das war der letzte Neuzugang. Oh, 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 das war der letzte Neuzugang. Ja, bei dem Spiel braucht es nur die eine Chance hier und dort um den Sack zuzumachen oder um das Unentschieden zu holen. Und wir wissen, wie wertvoll Punkte sind. Ja, da können wir beide Mannschaften fragen. Beide sind schon abgestiegen. Das verstehe ich manchmal nicht. Ich zeige auf den unteren Spieler und der passt ganz woanders hin. Aber es war ja kein Pass. Es war ein passend freier Lauf. Es hat in den Lauf gepasst. Von dem. Das verstehe ich manchmal. Das sollte aber zu dem ganz hinten sein. Ja, aber wenn du in den Lauf passt, läuft er ja dorthin quasi. Ich habe ja nicht zu dem, der zu dem er geschossen hat. Das Wasser zu welchen wollte sie dann? Der wird da hinten noch. Ja, eh. Der wäre der nachkommende, aber da muss er hinlaufen, weil es ja ein Lauf hat. Das heißt, wenn ich war hier abgelegt, dass er hinlaufen kann. Wenn ich zurück war, muss ich nochmal passen. Okay. Man kann ja nicht, man sieht, wenn ich jetzt so zurück passt zum Beispiel, legt dann irgendwie ab Anfang nur. Ja. Für das war nur fest jetzt. Ja. Okay, darfst du wieder. Na, erstmal, weil ich schon das als nicht so viel passieren kann. Zumindest war ich ziemlich sicher, dass Blotte nicht drei Leute ausspielst. Na, schlägt sie es mal an. Er legt dann einfach mal ab, weil er dann kommt der Hinblick. Okay. Ja. Ja. Bin jetzt nicht 100% zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich bin froh, dass es Punkte sind. Also wenn ihr es sakte. Besonders so. Ja. Das war ja. Ja.